Dalla Tassaray empfängt Bolu Spur. In Istanbul steht die Entscheidung um den Einzug ins Viertelfinale des Türkiye Kupasi an. Anpfiff der Partie ist am Dienstag 29. Januar um 17.45 Uhr. Dalla Tassaray vs. Bolu Spur heute im Livestream bei DRZN. Hier geht's zum Gratis-Monat nach dem Halbfinal aus gegen Außenseiter Akisar Spur. Im letzten Jahr hat Dalla Tassaray Istanbul in dieser Pokalsaison etwas gut zu machen. Das Achtelfinal-Rückspiel des Türkiye Kupasi sollte vom Anspruch der Gastgeber her gegen Zweitliges Bolu Spur eine klare Sache sein. Das Hinspiel endete mit einem 1 zu 0 Erfolg von Gala. Hier findet ihr alles, was ihr zur Übertragung des Pokal-Duells zwischen Gala Tassaray und Bolu Spur live im TV und im Livestream wissen müsst. Wer eine Übersicht über alle Spiele, die übertragen werden, haben will, findet diese in einem separaten Artikel auf unserer Seite. Galatasaray gegen Bolu Spur. Das Pokalspiel im Überblick Galatasaray-Bolu Spur Dienstag 29. Januar 17.45 Uhr. Türk Telekom Arena Istanbul 52.650 Plätze Galatasaray vs. Bolu Spur heute live im TV sehen. Funktioniert das? Alle Fans des türkischen Pokals, die das Duell zwischen Galatasaray und Bolu Spur live im TV sehen wollen, bekommen an dieser Stelle leider eine schlechte Botschaft. Das Achtelfinal-Rückspiel wird in Deutschland nicht im TV zu sehen sein, weder im Free-TV noch im Pay-TV. Aber dennoch kann das Spiel selbstverständlich live verfolgt werden, nämlich im Livestream. Der Streaming-Dienst DAZN zeigt die Partie hierzulande. Wie genau das funktioniert und wie ihr den Stream anschauen könnt, erfahrt ihr im folgenden Abschnitt dieses Artikels. Galatasaray vs. Bolu Spur heute im Livestream bei DASN wie bereits erwähnt, ermöglicht es euch der Livestream von der ZN, das Achtelfinal-Rückspiel des Töckier-Kopasi zu sehen, und das live und in voller Länge. Beginn der Übertragung ist am Dienstag wenige Minuten vor dem Anpfiff, der um 17.45 Uhr erfolgen soll. Als Kommentator wird Guido Hüsten das Spiel begleiten. Ihm zur Seite steht Fatih Demireli, ein ausgewiesener Fachmann für den türkischen Fußball. Galatasaray vs. Bolu Spur jetzt im Livestream bei DRZN. Jetzt Gratis-Monat sichern. Um den Stream live sehen zu können, braucht ihr nichts weiter als eine gültige Mitgliedschaft bei DRZN. Diese kostet regulär 9,99 Euro im Monat. Der erste Monat ist ein Probemonat und für euch komplett kostenlos. Bei DRZN gibt es übrigens keine Bob-Pflicht oder ähnliches. Mitgliedschaft kann bequem mit ein paar Mausklicks monatlich gekündigt werden. Neben dem türkischen Pokal kommt ihr beim Streaming-Dienst unter anderem auch in den Genuss der Champions League, Europa League, Serie A, Premier League, La Liga und Liga 1. Hinzu kommen weitere beliebte Sportarten, die NFL, die NBA, die Dell und auch Darts, Tennis und vieles mehr. Mit Hilfe der App von DRZN kann der Stream ganz bequem auf dem Smartphone, Smart TV, Tablet oder auch der PlayStation 4 zum Laufen gebracht werden. Punkt. Die App steht kostenlos im Google Play Store und Apple Store zum Download bereit. Die App steht kostenlos im Google Play Store und Tablet oder auch der PlayStation 4 zum Laufen gebracht werden.